Get down, get down and move it all around Wenn er gehauen würde, könnte er nach oben sein So, bin ich hier runtergegangen Ich glaube ich bin hier runtergegangen Und dann bin ich hier links an diesem Teil vorbeigeglitcht und hab gehofft, dass ich diesen Höhen oder wie er heißt Ja der ist einfach nicht gekommen Hallo, jetzt füße ich mal die Pallus Kommt doch Hallo Und und Guck, die gehen einfach nicht nur um Doch, aber sie fallen nicht rein Doch, guck sie haben Angst Warum gehen sie nicht weiter? Ja, jetzt kannst du sie ja schön abschlachten Wie wir da am rumwacken sind Ja und sonst wie alles besser geht's dann Ja, mir geht's ganz gut Was hast du heute so gemacht? Ach, heute Höhentag gehabt, Höhentag, was hast du denn gedreht? Naja, so Tod und Schneufel Oh, Tod und Schneufel, oh schön Alles fertig? Ne, fehlen noch zwei Scheiß-Szenen, aber die können wir nicht machen, weil der Raum besitzt wird Oh, schade, schade, ne? Aber wird das dann halt hochgeladen? Ja, ja, das wird für die Milch geschehen Auf welchen Kanal denn? Ach, noch am Bedürfchen Oh, das ist ein schöner Kanal, abonniert gleich mal Schlecht Ist das aber noch am Bedürfchen? Ja Ich kann jetzt mal sterben, ey Ich kann immer nur einen angreifen Ich kann immer nur einen angreifen Ich hasse Ich hasse Und wenn ein Zitat aus einem Scheiß Ich bin sehr klar Ich hab einfach gesagt Ich hab jetzt nicht mehr schaden Ich hab jetzt geübt Ich hab jetzt aber nicht mehr gut Wie aus einem Menschen Die sind alles Ich hab noch nicht geschaut so Ich hab noch nie Ich hab noch nie Okay, überlegen Ich hab noch nicht gewonnen Ich bin hier Also die ist Oh nein! Warum machst du das? Ich bin nicht froh! Warum? Ich bin hier wieder rausgekommen. Nein! Ich bin hier mitgekommen! Ja, weil es geht auf einmal. Ich dachte, ich geh hin und hau die einmal. Oh mein Gott. Jetzt wird das ein bisschen dumm dran. Oh, jetzt wird der von den Hustammchen. Ach ja! Das war hier unten denn! Aber wenn das jetzt nicht wieder rausgekommen ist. Oh, das ist egal. Ich glaube, was wird der. Das ist egal. Wer ist denn das? Alter, das kann ich nicht. Schau auf die Karte! Oh, siehst du das? Nein, zurück. Ja, komm mal. Oh! Was ist das denn? Mama! Ich träume jetzt schon, ohne dass ich schlafe! Ey, man kommt hier nicht mehr raus! Hier ist irgendwas. Ey, kanns nicht sein, da wo du gesagt hast... Ey, wo ich gesagt hab, das sieht gut aus... Da war doch so ein... Da! Kannst du da hochspringen? Ja, das ist so. Man kann doch... Echt? Man kann sich irgendwo hochziehen? Wir haben eben gerade im letzten Let's Play Part geguckt. Und hast du genau denselben Satz gesagt. Echt jetzt, Alter? Er hat gekannt! Puh, das war ne Expedition. Und da haben wir so komische Moorleiche gesehen. Ey, das war voll ekelig. Das sah aus wie Quasimodo, oder? Für mich sah der aus wie Quasimodo. In Headless, obwohl Quasimodo ist nicht. So, aber jetzt hab ich keinen Plan, wo ich bin und deswegen... Quasimodo-Technik! Da! Hä? Ihh, guck mal, der ist auch fast halt irgendwann halt. So, jetzt sagt der Mundwürst nochmal. Ich fahr... Was muss man denn da machen? Was ist denn da fliegen? Das ist die Frage. Ja, erstmal mit ihm reden. Wer wagt es... Ja, ich... Ich werde jetzt mit dem magischen Mund reden. Ah, ich weiß es nicht. Welches magisches Wort muss ich hören? Ach so. Wer kennt das magische Wort? Der Wächter des Grabmals hat mein magisches Wort. Ich muss diesen Höhnen töten. Echt jetzt? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, er ist doch der Wächter, aber... Nur wenn mein abzes Wort hetzt, darf die Grabkammer betreten. Ist ja cool. Guck mal, hier geht es doch bestimmt noch irgendwo weiter und dann kommst du da hin. Was machst du denn jetzt? Ach so. Ja. Hä, warum sind wir denn da? Das hat der automatisch gemacht. Ach so, du musst erst raufklicken da oben. Raufklicken. Und alles groß, so wie sich das gehört. Wo ist das jetzt? Ja, raufklicken. Okay, dann müssen wir mal gucken. Wo war der denn? Irgendwo hier. Ja. Ja. Ja, aber hier hab ich doch mit dem rumgebettelt. Du gehst falsch. Alles, wo du gehst, ist wieder in die Sack. Ich weiß. Ja, aber was ist denn da? Infernus Infantatis. Wir haben sicher wieder auf seine Bedeutung. Ja, aber das... Ich weiß nicht, wie schön. Ich will jetzt eh auch was helfen. Weil ich will nicht gegen die alle raufklicken. Ich bin ja nicht da mehr. Das schaffst du nicht, Johannesburg. Nein, geh nicht. Ich muss das tun. Weil das sind ja keine Wind. Das sind ja schon. Johannesburg, du bist der letzte Horcrux. Ich bin für Server-Token. Ja. Und dann bin ich an einem weichen Bahnhof. Ja. Die hauen dich jetzt voll. Verschlecken. Nee, nee, nee. Oh, meine Scheiße. Da! Was will der denn? Der kämpft mit denen zusammen. Ist so ein Kriegsein. Dafür stirbt er. Ja, gut. So. Guck mal, da ist nur ne Pussy. Der steckt nicht. Ich muss einfach auf einen konzentrieren. Ja. Sieht gut aus. Oh, guck mal. Das ist ja Manni-Mann. Oh. Was will ich denn mit Leichen haaren? Guck mal, hast wie viel Schrott rumlebt. Und ich glaube, was haben wir denn noch auf? Kopfloser Hühne. Ey, dann hatte ich recht, ne? Hühnchen, hä? Ganz am Anfang, als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben, hab ich gesagt, Demos ist bestimmt die Aufgabe, den zu töten. Stimmt. Weil der war einfach zu cool. Ja, hier weiß ich noch. Dann bin ich hier gegangen und hab gesagt, ah, hier sieht's besser aus. Und da kam der dann. Ich find den richtig cool irgendwie. Ich auch. Ich würd mich lieber mit dem anfreunden. Oh, der, der, der hört einfach nicht auf einen, weil er ist einfach so kopflos. Okay, hier war das nicht. Doch, als du wieder zu gut gegangen bist. Wie? Ophelia war's jetzt. Ophelia war's. Kennst du nicht? Kennst du nicht? Wachsen draußen ganz viele. Ich glaub, die haben wir eigentlich schon dabei. Oh Mann, das nervig. Ist das nervigste an dem Spiel, dass die Gegner dann wiederkommen? Ja. So, hier stand er jetzt. Oder hier? Das hört sich gut an. Alter, wie will man den dann töten, ey? Stimmt, muss man den ins Loch werfen und dann von oben abwerfen. Nee, wir haben eine Power-Splitte benutzen. Ja, hier ist sogar diesen Mega-Troll-Besicht der Redner. Oh, da konnte ich mal weglaufen und da konnte er dann irgendwo nicht. Guck mal, er hat so ein Mini-Schild. Und er hält's genau dahin, wo nicht sein Kopf ist. Und was will der denn damit schützt, ey? Ist der echt mit Wachen? Und der anderen? Oh, er hat gar nicht mal geschützt, ey. Boah. Ich mag ihn voll, ey. Ich mag ihn voll, ey. Ahhhh. Kade, das ist kein A. Ahhhh. Er tippt. Ahhhh. Jaaaa. Okay, dann ist das vielleicht doch nicht die Aufgabe. Nur von einem. Ey, will die mich verarschen? Ich sag dir, du musst noch mal da reingehen. Hier rein? Okay. Nee, nee, nee. In den Reliktraum. Dann läuft er ja sofort. Ich glaub, die kommen hier gar nicht runter, oder? Na? Also ich mein, eine Etage tiefer. Na? Da. Wo? Was rein denn? Na? Komm doch. Ja, ich glaub. Oh, ja. Oh. aber egal wenn er tot ist und irgendwas dabei hat, was gut ist, dann weiß ich wenigstens das oder wenn er jetzt plötzlich sagt ficken ficken ist das mal super ficken mit i jetzt trifft sie nicht mehr äh macht das immer genau guck mal ich hab ihnen noch ganz viele Sachen ja die haben uns gekauft ach sogar Bücher ja legt ihr die mal da hin hä? wie geht das denn? weiß ich auch nicht mehr ja du, warum warst das ja warte 6 voll geil man hä warum ist das gut? weil ich das schon hab, das ist das was auf 3 ist BAM BAM ich hab nur einmal gewonnen mann scheiße mann da war es wieder jetzt stirb doch mal, na komm na komm du musst lieber mal hinrennen und den schlag nein ich bin auch zu sehen so weit gelaufen weil das ja irgendwie so mit laufen macht man ja so viel los ja und diesen auch ich traf glaube ich nur wenn ich auf dem Zoo fände guck ja ne boah kacke das ist ja eigentlich ganz schön äh das ist ja eigentlich ganz schön äh schlecht wie so ein Bug des Spiels zum mitzukommen aber wen interessiert das? ja nur noch ein paar Schüssel haben wir noch ein paar Schüssel ja ja alter das ist ja ein Borumia anwertung aber warum hat der Kopf das hier wie hat der Kopf das hier hat der Kopf so doch fällt er alter mega viel Erfahrung hast du gekriegt auch was er kein das doch der andere Egal, der hat ja nichts mehr zu sagen. Da ist auch nichts runtergefallen. Aber mit der Erfahrung können wir das jetzt kurz machen. Ja, tot ist er damit! Ja, tot! Ich glaube, wenn ich bei denen seid, wäre es doch ganz besser. Weil ich bin dann gegen die Wirbelsäule, weil die da mit nichts haben. Hallo, es stirbt doch einfach! Erfahrungs-Punkte. Erfahrungs-Punkte. Welches Wort willst du hören? Ich muss mal hier einfach irgendwo weitergehen. Guck mal, da ist doch so ein Gang, ne? Die ganze Zeit gesagt. Hier muss ich lang. Die ganze Zeit gesagt. Aber dann heißt es ja, es gibt noch was heftigeres als den Höhen. Ja, kann sein. Oder der Wächter ist einfach nur eine Statue, wo draufsteht. Wie genau? Jetzt mach doch mal deine Erfahrungspunkte, Mann! Auf C! Guck dir das an! Was der dir alles gegeben hat! Guck dir das an, da guckt er dich an! Ich wollte ja eigentlich Schlösserknappen verbessern, aber da habe ich keinen Bock drauf. Schleichen will ich auch nicht. Ja, ich finde immer Waffen am wichtigsten. Oder, oder, Rüstung. Abwehr oder Waffen. Ich will mal mittelschwere Waffen können. Ich finde das cool. Ja, das ist ja auch dein Charakter, ne? Ich will mal mittelschwere Waffen. Ja. Guck dir. Langschwerter. Mach, du kannst doch eh mehr machen. Du hast mega viel gekriegt. Oh Mann, aber mach auch mittelschwere. Jetzt kann ich beides. Und da links kannst du auch noch was machen. Wir waren ja mit Geschwindigkeit und Reflexe im Kampf. Finde ich keine Magie. Ja, das kapiert keiner aus ihr Reflex. So. Schön. Und, äh, speichern ist vielleicht auch eine gute Sache, ne? Die man immer mal... Nochmal da raufklicken. Hä, nein. Wir haben doch gelernt von Chris und Wolf. Schon mal neun. Schon wieder. Schon wieder, wir haben doch... Aber mit... Drück... Drückfeder. Ne, stimmt gar nicht. Doch, zwei wir. So ist das bisschen gar nichts. Ja, wir haben voll Angst.